was ich habe leute leon von lj gaming tvs wieder zurück für euch und damit herzlich willkommen zum nächsten video auf unserem kanal heute habe ich mir überlegt eine runde plans vs zombies zu spielen das ist noch der erste teil von dem spiel mittlerweile ist schon zwei teile draußen den teil gab es damals kostenlos zum fifa 14 was glaube ich dazu da habe ich den kostenlos bekommen habe es mal runtergeladen hat doch richtig bock gemacht sieht man auch oben ich habe es eine weile gespielt und ja habe ich nach heute spiele mal eine runde ich gehe davon aus spiele mal eine team sieg und dann wird sagen sehen wir uns gleich wenn die runde beginnt ja leute ich spiele es mit diesem fußsoldat heißt er glaube ich mal schauen was noch lange zeit mal wieder reisen kann hier wie gesagt habe es dann allerdings lange nicht mehr gespielt schauen wir mal wie es jetzt hier laufen wird jetzt noch die ersten gegner die steuerung hier gewöhnt auch die rennen alle da unten da ist das ist gerade nämlich mit meinem ersten geht auch wenn scheiße ach danke schön scherke halt das ist der spawn von den ganzen pflanzen wir sind gerade die zombies auch wieder knapp als knapp der ist auch gerade noch so ausgewickelt glaube ich wenn ich den zug oder was geht hilfe ich weiß noch nicht die runde machen wenn sie wenn so ein zwei runden spiel so schön auf der rünne wir sind nachzuladen nämlich gesehen wir sind sicher hier ist bonner an sich ob die schlägt, lassen ob sie gut einschlägt hey, die pushen auch ein bisschen, da kann man auch ein bisschen vorpushen ist auch ein bisschen dumm geschmissen scheiße, bin ich voll in die Mine reingedappt das verstehe ich, da habe ich zwei abschüsse, Tode sieht man glaube ich gar nicht ne ich habe gleich eine pflanze irgendwo um die Ecke oh nein zu so ja, soll denn das noches Video, wenn ich geh jetzt unbedingt so auf wieviel Kills und sowas KD sieht man sowieso nicht einfach müssen Spaß haben an einem Spiel hier, wenn es auch so ein Spiel dann ab ist auch eine Ablenkung wenn man wegen dem Spiel, wenn man kein Bock hat, macht das eigentlich für nebenbei eigentlich recht Spaß deswegen habe ich mir gedacht, bringen wir das heute mal auf den Kanal du hast dann Abwechslung neben Fortnite, FIFA, Call of Duty und so weiter und so fort das ist ein paar Pflanzen glaube ich, da geh ich auch nicht mit auch hier zum Lebensspender, da brauche ich sowieso nicht auch ein sehr knappes Match, oh da liegt schon wieder eine Falle, fast da ist wieder reingelaufen die Mid pusht auch ganz schön, da geh ich mal mit ihm was war das denn der war nicht da oben der war nicht da oben ich muss mal so rum gehen kann man das erst hier besser abfangen ja, ich hab auch also irgendwie mache ich nur Hits gerade, ich hole aber irgendwie keine Kills, das ist ein bisschen scheiße ah hier, geht es gleich ich hätte keinen Kill bekommen oh, 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 oh was war das denn? alter Axt ist da oben, sehe ich auch noch mal vor nicht bei schlichten, oh nein läuft ja absolut gar nichts hier ich muss vielleicht wieder einen Kill machen irgendwann wo ist die Pflanze? nach da hinten wo? alter da rennerieren wir eine Pflanze jetzt wollen wir uns die mal schnell zu holen hinter mir auch, oh hinter mir alles klar ne, genau den wollte ich Pflanzen, die machen ganz schön Tempo die Runde geht halt nur bis 70 mal schauen wie lang jetzt noch die ganze Sache hier gehen wird wo? wo? schlossen nein ne? hallo kann ich dich nicht befreien? ok haben wir nichts gewonnen? jawohl wir haben nichts gewonnen auch wenn es nicht die beste Runde war aber immerhin ich würde sagen wir machen direkt noch eine nächste Runde dann würde ich sagen sehen wir uns dann gleich wieder so wir sind wieder im Zombieteam beziehungsweise ich habe das Team gewechselt weil ich mit dem Zombies einfach lieber spiel ich bin jetzt hier auf der Map Vorstadtwohnungen heißt die glaube ich ich hoffe mal dass wir jetzt ein bisschen besser vorankommen als letzte Runde schau mal ob wir hier direkt die ersten Pflanzen sind hier drüben rennen sie schon alle hier drüben rennen sie schon alle jetzt wollen wir uns die durchschnitt gefallen lassen hier direkt mal wieder dann gehen wir mal hier außen rum das kommt nämlich schlecht hier an das kommt nämlich schlecht hier an genau nehme ich hier oh ne 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 jawohl hat sie jetzt kriege sind oh weiß ne doch nicht füchten füchten ich glaube ich werde gleich geholt weil die kommen jetzt von der anderen Seite auch noch scheiße ja Mist geht ja nicht ja leute ihr könnt uns auch gerne mal Spiele den in die Kommentare schreiben nicht wundern der Julian wird auch bald mit den Videos dazu kommen und so weiter und so weiter also können wir noch kommen deswegen müssen wir halt ein bisschen gucken wie wir da vorankommen und sobald dann da alles fertig ist wir ja auch anfangen mit den Videos und da noch ein bisschen besser schneiden Intro müssten wir auch noch erstellen aber wir haben ja erst angefangen das heißt wird alles noch kommen und ja nur was da nebeninfo noch ich weiß schon wo die kommen ok da hinten sind sie ok das war wieder souveränt das Tacticserver ist das geilste an diesem Rugby Typen es gibt nämlich meistens One-Hit deswegen spiele ich mit dem einen am liebsten und ja wir sind neben geschossen ist nochmal still voran jawoll 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 so muss sein von hinten von der Seite kommt wieder hinten liegen sogar hinten sich wieder mein schönes tackling wenn es soweit kommt die scheißgeräte ist nicht so absolut noch eine gegnerin ganz gut gemacht Oh! Ah, der spielt, gut. Hier ist die Bronze wieder. Hinten kann man nur aufpassen. Double kill! Watch out, triple kill! Ja, hier im Video möchte ich nochmal für die drei Abonnenten bedanken. Wir sind jetzt bald schon bei den Fitch angekommen. Ja, schnell, schnell. Wo, 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 wo! Alter! Ja, genau, heimlich mal bitte. Hallo, ich mach' Heilung. Ah, danke. Trick. Immer noch 6 kills. Richtig. Okay, war eine Vorlage. Egal. Nein! Ah, scheiße. Immer noch bei 6 kills. Wie gesagt, für Leute, ähm, die neben Cut of Duty, Fortnite, irgendwelche anderen spielen, ähm, was auch noch anders spielen wollen, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, da kommt man auch ein bisschen runter. Wie ich zum Beispiel, da muss ich den ganzen Stress da antun, bei Cut of Duty oder FIFA muss schon nicht so aufregen, an die Leute, die halt, also spielen, ein bisschen mehr Emotionen zeigen, wie ich zum Beispiel, hab' mir auch mal in den Livestreams gesehen. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das runterzuladen, beziehungsweise zu kaufen, kostet glaub' ich auch gar nicht so viel Geld. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Oh, werfst du das Ding hin? Oh, scheiße. Ich stelle aber, wenn ich das vorhin sein. Das geht auf jeden Fall. Oh, nein! Alles klar! Oh, wir haben den letzten Kill. Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben hier gewonnen. Nein! Dies haben die Pflanzen leider gewonnen. Na ja, wenigstens haben wir die Runde vor, für uns, holen können. Und ja Leute, ich würde sagen, wir belassen es mal mit den zwei Runden. Wenn ihr mehr von Blanzweiß Zombie sehen wollt, auch vielleicht für den zweiten Teil, den kann ich mir auch gerne zulegen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und folgt mir auf den Social Videos, und Julian auch, da verpasst ihr nichts und wisst immer über alles Bescheid. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.